So, hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Terraria. Und jetzt wollte ich noch kurz zwei Sachen sagen. Und zwar... Alter. Sagen wir drei. Ich bin gerade etwas angeschlagen vom Hals her. Das ist ein bisschen unpraktisch. Zweite Sache. Ja, es kommt wieder Terraria. Aus dem Grund, dass mir für die Love Facts eine Aufnahme fehlt, die ich nicht selber machen kann. Da warte ich immer noch drauf. Wenn ich die habe, dann kann ich das auf jeden Fall hochladen. Und letzte Sache. Ich habe eben schon mit Terraria Part aufgenommen. Ich habe dann nichts geschafft. Ohne Spaß. Volles vergesst den Timer. So. Also. Was ich tun wollte. Wollen wir Dschungel? Weil eigentlich... Mit Hermes Stiefel... Oh mein Gott. So wäre eigentlich mit Hermes Stiefel... Das ist schon ein bisschen... Nein... Äh... Nice ist es auch, uns in Tahudu jetzt schon zu machen. Gefällt gerade auch, dass ich irgendwie Scrimson haben will. Das sagt ein bisschen. Anstatt der Corruption. Hey Leute, ich sag euch ne. Ich habe... Mit einem Freund gestern Terraria ein Expert-Mod angefangen. So offline-Welt-mäßig. Und... Alter sind wir da schon oft gestorben. Weil die Biester machen so ein Damage. Ich habe 34er-Krepp gemacht. Also das war schon richtig rein. Nicht du. Oh, der macht noch wenig... Der macht die Hälfte von dem Schaden, wie die Zombies im Expert-Mod machen. Wie? Weißt, es gibt halt so Zombies im Expert-Mod mit Schwertern und die hauen richtig ins Gesicht. Die machen am Anfang 50 Schaden oder so. Die haben nur 4 Linsen. Ja, das Auge von Centulu ist halt schon echt sexy. So, ich habe die Facecam jetzt mal so gestellt, dass sie mich super sehen können. Selbst wenn ich so sitze. Ich habe noch nicht meine optimale Sitzposition. Aber es sollte reichen. Wo ich die Truhe nicht gesehen hatte. Also eigentlich suche ich ja nur noch Platin und... Äh, Kisten hauptsächlich. Äh, 4 brauchen wir nicht, um die... Das Auge von Centauru zu killen. Aber ein paar Bonus-Acessoires werden halt schon richtig nice. Das geht auch wirklich. Keiner mag dich, nicht mal deine Mutter. Ich leh zu wenig. Alter. Ne, 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 ne. Ne, 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 da bin ich raus. Da könnt ihr euch mal schön verziehen. Dann bin ich mal fein raus hier. Da hat es gerade 10 Jahre gedauert, den ganzen Shit da abzubauen. Also echt jetzt. Obwohl eigentlich wäre es ziemlich schlau, dazu die zu klatschen. Digger, was soll das? Die tokeln hier überall rum. Und dann bin ich reingesterne. Ich brauche also insgesamt 12 Dschungelsporn und 12 Stacheln, um mir dieses geile Schwärzen machen zu können. Und wenn ich das habe, dann wird das ziemlich nice. Weil das ist so eine Grasklinge und die kann Gegner vergiften. Ja, das haut ziemlich rein. Dann können wir, glaube ich, auch sofort dann den... Ach du Scheiße. Der Wind schiebt dich herum. Boah, Junge. Ich bin so scheißegal. Ey, ich bin gerade erst aufgestanden, Mann. Ich glaube, ich mache es ab sofort so, dass ich 20 Minuten aufnehme. Und dann einfach mehr rauscutte. Damit wir auch irgendwann mal was auf die Ketten bekommen. Ja, komm. Und tschüss. Alter, ist das ein Falschaden. Ja, 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 ja. Töte mich nicht und gib mir einen scheiß Stachel. Oh mein Gott, der Sniper King. Ja. Der hat ein Herz in sich drin, Leute. Oh, scheinbar noch nicht. Sah nur so aus, ne? Dankeschön. Weil die mit... Die kleinen mittlerweile Tushat sind. Ach, hier bin ich veröffentlich. Ja, geil. Wo kommt der denn her? Alter, bin ich down. So, also bald werde ich zum ersten Mal streamen, weil das hier zutzt sich echt in die Länge wie sonst was. Und dieses ganze Meteoriten-Farm-Gesug-Ding ist halt... Das wird noch ein bisschen sehr lang dauern. Äh, ja. Deswegen... Äh, Wochenende. Wahrscheinlich dann heute. Heute Abend um, was weiß ich wie viel Uhr oder morgen Mittag. Damit ich auch mal vorankomme und wir hier ein bisschen Zeug machen können. So. So, dann wird der Stream auch gerade mal so zwei Stunden dauern, damit ich da Highlights rausschneiden kann. Und nicht sechs Stunden wie auf der Offline-Session von Alex und mir. Sechs Stunden, denn das ist schon heftig. Ich brauche eigentlich auch nicht viel gegen das Ark von Sintahulu, wie ich's gerne nennen. Äh, zu gewinnen. Oh, guten Morgen. Wait. Nicht mal ne Weinrebe. Ja, danke. Hey, ich hab dir nix getan. Amina. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Na, sieben zu neun. Geh weg. Dich kill ich. Ach, so. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaub, ich sollte mir auch mal Rüstung machen. Ich hab immer noch keinen Ofen. Und keinen Stein. Ja, moin. Ich dachte, ich hab schon noch massig. Und es wird jetzt Nacht. Was wiederum bedeutet, dass ich eigentlich jetzt wieder Linsen farmen kann. Aber der Part ist gleich zu Ende. Alter, das ist doch... Das ist doch einfach nur zum Wein. Na, moin. 22, das ist super. Die nehm ich mit. Oder? Auf jeden Fall den. Fünf Abwehr. Die kann ich halt so auch noch sammeln jetzt, ne? Random Ausrüstung for the win. Ach komm. Jetzt ist die auch noch lästig. Und... Also langsamer. Müsst du mich verarschen. Obwohl, ne, ich bleib bei meinem Plan. Obwohl ich shit in den Nachts wollen ja abartig viele Hasen. So, wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, ich kann noch einen ganz kleinen Tacken länger aufnehmen. Weil... Ich so viel Zeug gemacht hat, dass einfach keinen juckt. Oh, wait. Wir können das auch auf uns in Todo fighten. Oh, yeah. Komm, dann machen wir mal das noch schnell. Dann... Und dann war es das für heute. So, dafür muss ich ins... In die Corruption gehen. Alter, heilige Scheiße. Du, die 13 Abwehr sollte eigentlich weichen. Ich werde auch nur Tränke benutzen. Alter. Die ich, äh, habe. Ich werde keine neuen craften jetzt. Ich werde zu viel Aufwand. Äh, viel Zeit ist dann nicht. Das wird ein sehr langer Part. Zumindest, äh, zu schneiden. Ähm, zu schauen wird der nicht lang dauern. Wahrscheinlich so wie die anderen Parts. Oder vielleicht ein bisschen länger. Aha, da schau mal einer an. So, Tränke, was haben wir? Wir haben Nachtischtrank, das passt. So, Tränke, was haben wir? Untertitelung. BR 2018 Einen Applaus für den stumpfesten Fight ever. Hier, da können wir uns ein bisschen was draus machen. Wir hatten jetzt Tageswahl, nice. Dann können wir dann auch damit gegen diese scheiße Wand, äh, gegen den Dorn kämpfen, so. Aber ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lass mir mal ein Like da. Wir haben jetzt 27, ich habe jetzt 27 Minuten aufgenommen. Das muss ich jetzt auch alles schneiden. Also würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ja. Bis dann.